Wussten Sie, dass Äpfel zu hohe Cholesterinwerte senken können? Das ist übrigens wissenschaftlich nachgewiesen. Sie alle kennen den Spruch, ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Aber nicht nur Äpfel können sich positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken. Es gibt auch andere natürliche Helfer. Die wollen wir kennenlernen. Bevor wir uns den drei konkreten Tipps zuwenden, die ich Ihnen heute mitgeben möchte, um Cholesterin natürlich zu senken, schauen wir uns kurz an, was Cholesterin eigentlich ist. Gleich mal vorne vorweg. Das Image von Cholesterin ist schlecht, aber nur, weil die tradierte Ernährungsweise in unserer Gesellschaft nicht gut ist. Denn Cholesterin ist ein lebenswichtiger Rohstoff für unseren Körper. Der chemisch korrekte Begriff ist Cholesterol. Von Griechisch Kohle, Galle und Stereos fest verhärtet. Die Substanz wurde zuerst in Gallenstein gefunden und hat daher seinen Namen. Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, die viele wichtige Aufgaben für unsere Stoffwechselprozesse erfüllt. Aber das ist noch längst nicht alles. Cholesterin ist ein zentraler Ausgangsstoff für viele Hormone, darunter Östrogen, Testosteron, Cortisol und das Vitamin D. Unser Organismus kann Cholesterin selbst produzieren. Aber wir können ihn auch durch unsere Nahrung damit versorgen. Und das übertreiben wir ganz gerne mal. Cholesterin ist aber auch ein wichtiger Baustein für unsere Zellmembran. Also die Hüllen, die unsere Zellen umschließen. Wir produzieren Cholesterin im Wesentlichen in der Leber und im Darn, von wo aus es über die Blutbahn zu den Zellen transportiert wird. Jetzt kennen Sie sicher alle die berühmten 2x3 Buchstaben, die Ihnen Ihr Arzt aufschlüsselt, wenn es um den Cholesterinwert geht. HDL und LDL. Da Cholesterin nicht wasserlöslich ist, muss es beim Transport an spezielle Lipoproteine gebunden werden, also an einen Eiweißfettträger. Es gibt Lipoproteine hoher Dichte, die sogenannten HDLs, das High Density Lipoproteins, und Niedrigerdichte oder LDL, übersetzt Low Density. Lipoproteins. HDL gilt als das Gute und LDL als das Böse Cholesterin. So hat man es früher zumindest immer tituliert. Warum? Wie immer, das haben wir ja schon oft besprochen, versucht der Körper stets eine Balance herzustellen. Damit der Cholesterinspiegel ausgeglichen bleibt, transportiert der Körper überschüssiges HDL zurück zur Leber, wo es zu Gallensäure umgebaut und ausgeschieden wird. Das mit dem Fetttransportprotein LDL bestückte Cholesterin nimmt die entgegengesetzte Route von der Leber in andere Organe und die Körperzellen. In einem vereinfachten Bild ausgedrückt, HDL hat also eine Art Aufräumfunktion im Körper, indem es überschüssiges Cholesterin in die Leber zurückführt. LDL dagegen ist der Zusteller, also der Postbote, der Organe und Zellen mit lebenswichtigem Cholesterin versorgt. Merken Sie sich also, LDL von der Leber weg, HDL zur Leber hin. Sind die Zellen nicht mehr in der Lage, weiteres Cholesterin aufzunehmen, steigt der LDL-Spiegel im Blut an und ein erhöhter Spiegel kann gefährlich werden. LDL ist aber nur dann schlecht, wenn es oxidiert, wenn es also zu einem freien Radikal wird. In diesem Fall kann nämlich ein hoher Spiegel von oxidiertem LDL zu sogenannten Plaques führen, also zur Ablagerung an den Wänden der Blutgefäße. Kommt es in den Herzkranzgefäßen oder im Gehirn zu allzu großen LDL-Fettansammlungen, steigen das Herzinfarkt und das Schlaganfallrisiko an. Routinemäßig wird im Blut aber das oxidierte LDL nicht gemessen, einfach deswegen, weil es zu aufwendig und auch zu teuer ist. Grundsätzlich gilt LDL als genetisch vererbtes Lipoprotein und seine Konzentration im Blutsirum ist wenig beeinflussbar. Hilfreich sind natürlich Lebensmittel mit hohem Antioxidantiengehalt, wie beispielsweise Beeren, Obst und Gemüse, um uns zu schützen. Es gibt noch eine weitere wichtige Cholesterinfraktion, das Lipoprotein A, das dem LDL-Cholesterin strukturell ähnelt. Es kann im Gefäßsystem chronische Entzündungen verursachen und in der Gefäßwand abgelagert werden. Routinemäßig wird auch das Lipoprotein A im Blutbild nicht mitgemessen, aber jeder sollte es mindestens einmal im Leben bestimmen lassen. Da es nämlich genetisch bedingt ist, bezahlen diesen Bluttest die Kassen in der Regel, wenn man nachweisen kann, dass ein familiärer Zusammenhang besteht. Dann möchte ich nur noch der Vollständigkeit halber das VLDL erwähnen, das die Neutralfette, also die Triglyceride, transportiert. Werden nun zu hohe Cholesterinwerte im Blut gemessen, wird der Patient im Allgemeinen von dem Ärzten mit Statinen behandelt. Das sind Medikamente, die in den Fettstoffwechsel eingreifen und das Cholesterin senken. Man muss aber wissen, dass diese Medikamente natürlich Nebenwirkungen haben, zum Beispiel zu starken Muskelschmerzen und Krämpfen oder sogar zu Erkrankungen der Muskulatur führen können. Außerdem besteht eine Korrelation zwischen Statinen und einem Diabetes. Statine können die Insulinausschüttung der Bauchspeicheldrüse hemmen und der Blutzuckerspiegel steigt dann an, weil in den Muskeln nicht genug Insulin ankommt. Tatsache ist, wir können eine ganze Menge tun, um unseren Cholesterinspiegel natürlich ohne Medikamente zu beentflossen. Selbstverständlich kann ich digital keine Ferndiagnose machen, aber bitte setzen Sie Statine nicht ohne Absprache mit Ihrem Arzt ab. Die drei Tipps, die ich heute für Sie habe, sind wissenschaftlich gut belegt und beeinflussen Ihre Cholesterinwerte positiv auf ganz natürliche Art und Weise. Nummer eins, die Ernährung. Essen Sie so naturbelassen wie nur möglich. Meiden Sie alle industriell hergestellten Nahrungsmittel, die zuckerhaltig sind und zu fett sind. Sie verstehen schon, ich spreche von Kuchen, fetten Braten, Eis, Pommes, Schokoriegel. Bevorzugen Sie Nahrung, die reich an Polyphenolen, also an sekundären Pflanzenstoffen ist. Die sind vor allem in Gemüse und Obst enthalten. Einfache Faustregel, sieben Tassen Gemüse und Obst am Tag. Das haben Sie schon, wenn Sie mittags einen großen Salat essen und abends eine große Portion Gemüse. Supplementieren Sie Omega-3. Ich habe ein ausführliches Video darüber gemacht. Sie finden es hier. Auch Vitamine und Mineralien sind starke Helfer. Es ist ratsam, ab und zu messen zu lassen, ob Ihre Versorgung mit den wichtigsten Mikronährstoffen gegeben ist. Wenn nicht, besprechen Sie mit Ihrem Arzt eine Supplementierung. Bei Gemüsesorten gibt es keinerlei Einschränkungen. Ist Ihr LDL deutlich erhöht, sollten Sie allerdings allzu süße Obstsorten wie Mango, Trauben, Ananas durch Beeren, Birnen, Zitrusfrüchte und Steinobst ersetzen. Der Spitzenreiter ist der Apfel. Hier ist er. Äpfel enthalten Pektine. Das sind gesunde Ballaststoffe, die das LDL-Cholesterin im Darm binden und so den Cholesterinspiegel im Ganzen senken können. Wissenschaftler der Universität Oxford haben eine ausführliche Studie dazu vorgelegt, die wir Ihnen unten verlinkt haben. Da Cholesterin in der Leber gebildet wird, ist alles, was die Leber stärkt, auch gut für den Cholesterinspiegel. Essen Sie bittere Salate wie Rucola, Chicorée, Radiccio. Greifen Sie zu allen Kohlsorten, Spinat und roter Bete. Sie wissen, Brokkoli ist der Spitzenreiter. Trinken Sie Tees aus Löwenzahn und Mariendistel, bittere Teesorten. Auch 1000 Güldenkraut ist beispielsweise oder Boxhornklee, sehr bittere Teesorten. Kommen wir zum Punkt 2, Bewegung. Training sticht mit drei Trumpfkarten. Es senkt den Blutdruck, verbessert den Zuckerstoffwechsel und hat positive Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel. Natürlich wirkt sich regelmäßige Bewegung noch in vielen, vielen anderen Bereichen aus. Ist Ihr LDL zu hoch, hat sich ganz besonders Aquatraining bewährt. Die Studie dazu finden Sie ebenfalls unten in der Beschreibung. Bewegungstraining sollte moderat sein. Das bedeutet mindestens dreimal in der Woche ca. 20 Minuten bei mittlerer Belastung. Es darf aber durchaus auch häufiger sein. Von mittlerer Belastung sprechen wir, wenn Sie richtig atmen müssen, wenn Sie kräftiger atmen müssen und zu schwitzen anfangen. Wir sprechen hier nicht von stark verausgabendem Training, aber nur kurz den Hund um die Ecke zu führen, das bringt auch nicht wahnsinnig viel. Nummer 3, Gewichtsreduktion. Ihr BMI, der Body Mass Index, und Ihr Bauchumfang sind die beiden Werte, die Ihnen als Leitfaden für Ihr Gewicht dienen. Sie finden im Internet einen BMI-Rechner, der Sie durch die korrekte Berechnung leitet. Der BMI sollte unter 25 liegen, idealerweise um die 20. Über 30 gilt als kritisch. Wenn Sie abnehmen, entlasten Sie Ihren Stoffwechsel und das hat direkte Auswirkungen natürlich auf den Cholesterinspiegel. Ihr Bauchumfang sollte bei Männern 94 cm, bei Frauen 80 cm idealerweise nicht überschreiten. Kritisch wird es, wenn wir bei Männern über 102 und bei Frauen über 88 messen. Das Sprichwort An apple a day keeps the doctor away kommt aus dem viktorianischen Zeitalter. Jetzt hat gerade das King Charles Zeitalter begonnen, aber dieser Gesundheitsratschlag gilt immer noch. Darum mein Tipp, bauen Sie mindestens einen Apfel am Tag in Ihren Speiseplan ein. Ganz herzlich, Ihr Ulrich Bauhofer Y Möch und造 ya ein Schtauble Untertitelung des ZDF, 2020